einen wunderschönen guten morgen meine lieben freunde ich werde auf jeden fall dann frühstücken gleich und dann zum fitnessstudio gehen und danach werden wir dann wahrscheinlich dann da die promenade lang gehen ansonsten wir sehen uns schon bis gleich ich bin auf jeden fall gerade noch am trainieren ich habe auch keine ahnung warum aber das wlan geht irgendwie nicht das wlan funktioniert irgendwie nicht mal schauen vielleicht ist es nachher wieder an ansonsten ich trainiere jetzt noch ein bisschen das wlan problem ist anscheinend immer noch nicht gelöst aber ja ich denke das werden die schnell hinbekommen und sonst werden auf jeden fall dann da hinten jetzt irgendwie langlaufen also das genehmige ich mir auf jeden fall dieses wunderbare protein training nach dem training und ja muss ich sagen Fazit ist auf jeden fall die leute im fitnessstudio sind auf jeden fall viel entspannter als in deutschland keine ahnung die sind irgendwie dafür gerückt mal schauen also wenn es mir weiter wird wenn ihr so gefällt dann werde ich definitiv mich auch richtig anwählen mein fitnessstudio in deutschland ja ich bin ja mal so ein paar wochen dort gewesen in so einem vierten studie in deutschland aber das war ja woanders jetzt da mal schauen also jetzt sind leute wir sehen uns bis gleich im boulouar kurze korrigierung kurze korrigierung nicht boulouar sondern promenade nicht boulouar sorry leute promenade die haben anscheinend irgendwie so ein it problem oder sowas ich habe keine ahnung also ohne internet ist es natürlich einigermaßen ruhiger sag ich jetzt mal ja also waren gerade noch bubble tea dringend habt ihr ja schon gesehen und im grillhaus essen kann ich immer gerne einblenden und ja ansonsten wenn halt noch irgendwie was internet dazu kommt dann kann ich nochmal ein statement dazu sagen oder noch mal eine noch mal wie es heißt noch mal ein update dann machen und ja so zu neute groß gibt es jetzt hier nichts mehr weiter zu sagen ich gehe gleich dann baden danach gehe ich dann entspannt ins restaurant oder vorher noch mal ins restaurant danach baden mal schauen und danach richtig schön entspannt und cocktails trinken oh yeah ansonsten Leute wie seht ihr uns ja bis gleich kleines update leute endlich wieder wlan yeah kann doch das video pünktlich um 0 uhr wieder irgendwann hochgeladen werden so leute aufgrund dass ich jetzt gleich wahrscheinlich danach also heute abend gehen wir sogar vielleicht auf dem infinity pool das ist ganz oben auf dem dach also dachpool quasi wenn das klappen sollte würde ich auf jeden fall da noch mal filmen das sieht sehr sehr geil aus ansonsten Leute wir sehen uns dann bis gleich sehr entspannt hier noch ein bisschen chillen und so und ja Leute ansonsten bis gleich wer spielt denn der dudelsack? irgendeiner spielt hier dudelsack, mensch das sieht wirklich äußerst interessant da spielt der dudelsack spieler und da ist einfach ein kran da sind quasi bauarbeiter und so das ist einfach alles wunderschön hier also ich kann mich echt nicht beschweren das ist einfach nur wunderschön was denn? was ist ein problem? so ihr habt ihr gerade gesehen ich war nochmal schnell draußen an der Romanade ich bin jetzt alleine nochmal schnell zuhause meine mutti ist am strand ich gehe jetzt erstmal aufs klo und äh danach erstmal entspannt Cocktails schlafen und so zu neuter bis gleich es mundet wirklich sehr so Leute das war's dann auf jeden fall jetzt mit dem Video ich sehr sorry dass es jetzt nicht mehr so immer so 10 Minuten geht oder so aber ähm ja es gibt eben nicht so viel so zu sehen so morgen das ist ja heute länger gehen ein bisschen länger ja als heute mal schauen weil ich heute äh weil ich morgen auch woanders bin bei so nem bei so nem bei so nem bei so nem nee wir sind nicht kein palast sondern ein äh eine festung oder sowas ja und ähm ja mal schauen vielleicht äh finde ich das die ein oder andere filmmöglichkeiten und dann sitzen Leute wie sie sehen uns dann ja bis zum nächsten mal und genau da sitzen bis morgen haut rein ciao ciao ciao